Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute zeige ich euch vegane Hafer-Sanne selber gemacht. Und gutem Fleisch. Das ist ganz einfach nur mit Haferflocken, Wasser und ein bisschen Ei und Salz. Ganz einfach und sehr gesund. Zunächst Wasser kochen. So, das Wasser nur halber geben, nicht ganz. Haferflocken. Nur ganz wenig Salz. Wasser aufkochen und abgießen. So, jetzt abkühlen lassen. Jetzt ist es kalt und eine dicke Masse. So, Wasser dazu. Und Nussöl dazu. Jetzt fast fertig. Noch ca. 5-10 Minuten. Körnernasen. Veganer Hafer-Sanne ist fertig. Und das kann man im Kühlschrank sechs Tage beharrten. Kann man für Sauce brauchen. Kann man auch für Suppe kochen. Und keine Zusatz drauf. Guten Fleisch. Sehr gesund und einfach. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss hierики 달라.